Ey Leute, ey, ich kack mir grad übelst ein. Sanji hat ein Bild auf Facebook rausgehitlert. Da neue Folge von Freeman Boys, jedenfalls sowas ähnliches, in genau 183 Minuten, sprich so um eins in der Nacht rum. Und finde ich mega geil, dass da wieder eine neue Folge rausgehitlert wird. Es wird wohl auch mal wieder Zeit für die Nostera Freeman Boys. Dann wollte ich noch sagen, dass der Herr Rodes zur Zeit den Kanal Nostera Forts mit seinem inflationären Video-Output echt kaputt macht. Hier, die Views sind nach wie vor mega heftig im Keller. Oh hier, da haben sie ihm noch eine Chance gegeben, aber ich glaube, das wird nichts. Ich würde auch sagen, was hier Propaganda sagt, das ist auch richtig und deswegen... Ich würde auch sagen, was hier ist auch richtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.